Äh, pff, ja. Und wieder keine Energie. Schön. Und keine Ressourcen für Energie. Das ist gerade nicht so schmackig. Tell me your darkest thoughts, like a snake with spray. So, jetzt teilen wir sie mal ein bisschen auf. Ich meine die ganze Zeit, weil es hier so dunkel ist in der Ecke, dass sie hier irgendwie durchkämen, aber hier ist ja alles komplett dicht. Wo wollen sie denn da lang? So, wenn wir jetzt nochmal ein Kraftwerk bauen, wir könnten es uns theoretisch sogar leisten. Eins. Ein Kraftwerk leiste ich mir. Und was wir machen können, wäre nochmal eine Ölplattform. Bei Thanatos fehlt uns gerade das Gold. Okay. Wie schaut es jetzt hier oben aus? Äh, ihr habt hier was? Ihr habt drei Thanatos-Einheiten? Okay. Das hier müssen wir verstärken. Genau. So, und dann wollte ich hier auch noch eine Verteidigungslinie haben. So, hier müsste man, glaube ich, zumachen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie da wirklich durch könnten, aber ich will hier nichts dem Zufall überlassen. Das wäre ein sehr unangenehmer Zufall. 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 Hm. Okay, das Einzige, was jetzt wirklich schwach befestigt ist, wäre der Süden. Dann kümmere ich mich jetzt gerade mal nochmal um unsere zweite Siedlung hier oben. Wie viele Siedlungen haben wir jetzt eigentlich? Die hier, die hier, zwei Stück. Ja, das reicht eigentlich. Theoretisch können wir sogar hier oben auch noch eine reinsetzen. Ich weiß aber nicht, ob es das jetzt wirklich braucht. Also, grundsätzlich. Theoretisch könnte man ja. Was mache ich da eigentlich? War ja total bescheuert jetzt. Ich könnte doch einfach hier zwei... Ah, nee, der kann da gar nicht hin. Okay. Mhm, da haben wir das Map-Limit. Ja, das ist doof. So. Okay, dann... Das wäre ich... Das wäre ich... Steinchen. Und wir bräuchten nochmal Nahrung. Sehe ich gerade so aus dem Augenwinkel. Ja, bauen wir dabei mal so eine normale. Das dürfte, glaube ich, auch reichen. Für den Anfang. So. Okay, wie schaut's denn aus? Jetzt haben wir hier nochmal fünf Scharfschützen. Da drüben haben wir bloß sieben. Hier oben haben wir siebzehn. Das genügt. Hier haben wir gar keine Scharfschützen. Hier haben wir drei Thanatos-Einheiten. Hier hätte ich ganz gern Scharfschützen. Die lassen wir feststationiert hier unten. Weil sie mir da drüben, ehrlich gesagt, lieber wären die Typen. Ich glaube, hier gönnen wir uns auch nochmal eine Verteidigungslinie. Das heißt, dass wir hier so zumachen und... Dann können sie schauen, wie sie da durchkommen. So, das ist... Das ist ein Farmer. Ich dachte, da steht ein Zombie und greift die Scharfschützen an. Und ich wollte schon fragen, warum... Unser lieber... Äh, hier... Unser lieber Berichterstatter nicht rummeckert. Unser lieber Berichterstattern. Unser lieber Berichterstattern. Unser lieber Berichterstattern. Also, ich glaube, bis zum Finale schaffen wir fast eine Population von 3000. Ganz grob geschätzt. Ich könnte es mir sehr gut vorstellen. Kann ich das sowas auch noch machen? Jawohl. Oder auch nicht. Sehr schön. Okay, da wären wir zu. Dann bauen wir hier noch eine Linie durch. Hier noch eine Linie durch. Hier die zweite Linie ist geplant. Ich frage mich, ob wir das alles noch schaffen. Jetzt brauche ich nur mal ein bisschen Aufklärungsarbeit hier unten. Ähm. Das ist es, wenn sie versuchen, sich alle gleichzeitig durchzuquetschen. Furchtbar. Und wir haben schon wieder keine Energie mehr. Äh, diesmal setze ich aber weiterhin auf Mühlen und nicht auf, auf Kraftwerke. Wir haben jetzt schon so viele Kraftwerke. Irgendwann reicht es dann auch mal. Was fehlt denn eigentlich? Holz. Es ist immer Holz. Da hätten wir nochmal plus zwölf. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Wir sollten natürlich auch nochmal ein paar Thanatos ausbilden. Ähm. Ja, nee. Nee, ich war gerade am Überlegen, ob ich Lucefasse einsetzen soll, aber... Ähm, nee. Gerade keine Lust, die Typen zu testen. Nicht so wirklich. Nicht so wirklich. Attention. Building completed. So. Attention. Building completed. So. So. Gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Stellung hier unten nicht halten wird. Die Scharfschützen, die setzen wir sowieso bei der zweiten Stellung hinten ein. Das hier ist eher... Oh. Ihr könnt so close to the map limit. Nein! Ich wollte doch hier unbedingt noch... Ich wollte jetzt hier unbedingt noch so eine Schutzmauer durchziehen. Oh Gott. Schade. Okay, ja. Dann wird halt nichts draus. Aber hier können wir das machen. So. Den können wir verstärken. Den können wir noch verstärken. Hier müssten noch Abwehrtürme rein. Was brauche ich denn? Gold. Okay. Äh. Was habe ich jetzt eingerissen? Nein, ohne Scheiß. Irgendwas habe ich gerade eingerissen. Ich habe aber überhaupt nicht aufgepasst. Ich weiß nicht, was ich ausgewählt habe. Und das war jetzt auch gerade eher ein Versehen als geplant. Ich bin mal wieder auf die Entfernen-Taste gekommen, obwohl ich Enter drücken wollte. Ist ein bisschen blöd. Bei der Tastatur ist es tatsächlich ein bisschen doof. Minus 51 Nahrung. Äh. Schätzungsweise war es ein Nahrungsgebäude. Okay. Kann ich was aufrüsten? Nee. Uns fehlt Öl. Oh. Der Marktplatz. Unser... Oh. Oh. Ah. Okay. Ja. Der Marktplatz, der hier stand. Dann mache ich dich jetzt zum 1er-Marktplatz. Äh. Halt. Stopp. Was wollte ich jetzt gerade mit Öl machen? Ich wollte eine Farm aufrüsten, weil wir gar so wenig haben. Plus 56. Jetzt fehlt ein... So. Äh. Ja. Gut. Viereinhalb Stunden. Ja. Komm. Das hier spiele ich noch zu Ende. Und egal wie es ausgeht, dann mache ich definitiv eine Aufnahmepause. Okay, wir haben wieder Nahrung. Wir sollten aber trotzdem die nächste Farm irgendwie bauen oder schauen, dass... Ah ja, warte mal. Wir können ja hier die Dinger hinsetzen. Not enough resources. Ah, wir brauchen Gold. Ja, sag das doch einfach. Ich denke mir, warum geht's nicht? Ja? Abstand zu klein oder was? So. Hier fällt mir alles nicht. Das war's. So. Okay. Äh, ihr seid da unten soweit gesichert. Die Mauern verdoppeln und verdreifachen wir mal gerade. Um sicher zu gehen, dass hier auch definitiv kein Schwein mehr durchkommt. Nein, da geht's nicht. Eisen und Gold fehlen mal wieder. Hm. Achso, 20 Steinen sind's. So, jetzt aber. Okay, da haben wir noch einen sehr dünnen Part. Den sollte man irgendwie zumachen. Vorzugsweise eigentlich mit Stein. Ich hätte ganz gern wieder Steine. Hallo. Hallo. So, was hast du von der Reichweite? Bis da draußen geht's da an. Kann ich ja getrost hergehen und hier nochmal so eine Sicherheitslinie ziehen. Wie viele Tanatas haben wir jetzt eigentlich noch da oben stehen? Zwei. Das heißt, wir brauchen nochmal Öl. Ja, baue ich nochmal eine Ölquelle? Also, was heißt Ölquelle? Mh, wir müssen erst mal gucken, wo ich noch eine bauen kann. Da drüben. Das sieht doch gut aus. Okay. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Da kommt jetzt eine Random Horde gerade rein, oder? Ne, ist ja nur die zwei Typen. Naja, gut. Hätte ja sein können. Es hätte ja sein können. Attention. Building completed.